Eines der vordringlichsten Themen in der heutigen Arbeitswelt ist der Fachkräftemangel. Unternehmen fällt es immer schwerer, für viele ihrer täglichen Aufgaben passendes Personal zu finden. Gerade wenn es um Arbeiten geht, die eintönig, schmutzig oder körperlich fordernd sind, gilt dies im Besonderen. Dies führt dazu, dass viele Firmen sich mit dem Thema Automatisierung auseinandersetzen müssen, wollen sie sicherstellen, auch zukünftig produzieren zu können. Der Oberflächenspezialist Joke ist europaweiter Marktführer für Produkte zur manuellen Feinbearbeitung. Neben Geräten, Werkzeugen und Verbrauchsmitteln zum Schleifen, Entgraten, Polieren und vielem mehr, bildet Joke auch seit Jahrzehnten die Facharbeiter seiner Kunden in Seminaren und Kursen aus. Diese jahrzehntelange Erfahrung bringt Joke auch in seine Automatisierungslösungen, den Produkten der Inesca Robotics Serie ein. Der Vorteil für den Kunden liegt dabei in eben dieser Erfahrung. Durch sie kann Joke nicht nur die Konzeptionierung und Programmierung der eingesetzten Robotersysteme vornehmen, sondern weiß auch immer, wie die optimale Bearbeitung erfolgen muss und welche Werkzeuge aus den über 20.000 Produkten, die Joke führt, die besten Ergebnisse erzielen. Joke liefert also die Prozessoptimierung gleich mit. Ziel ist es dabei, dem Kunden ein rundum sorglos Paket sowohl für Klein- als auch Großserien an die Hand zu geben. Dies kann, je nach Kundenwunsch, vom einzelnen Arbeitsschritt bis zum kompletten Prozess gehen. Gerne stehen unsere Entwicklungstechniker aus dem Inesca Robotics Team zur Verfügung, um gemeinsam mit Ihnen zu prüfen, wo und wie Automatisierung Ihre Arbeit unterstützen und Ihre Produktion trotz Fachkräftemangel dauerhaft sichern kann. Sprechen Sie uns gerne jederzeit für eine Beratung an.